In diesem Video geht es um die Aktivierung von Triggerpunkten im Iliopsoas-Muskel. Der Iliopsoas ist ein sehr großer Muskel an der Vorderseite eures Körpers, der über eure Hüfte spannt und der beim Vorhandensein von aktiven Triggerpunkten Schmerzen im Bereich der Hüfte, des vorderen Oberschenkels und Schmerzen im Bereich des Rückens auslösen kann. Ich möchte euch in diesem Video erklären, wie und warum diese Triggerpunkte aktiviert werden können, was für Dinge hier im Alltag oder auch im Sport problematisch sein können und ich werde euch natürlich auch sagen, was ihr gegen diese Triggerpunkte tun könnt. Eingangs möchte ich euch aber zuerst noch die Anatomie des Muskels auf eine ganz einfache Art und Weise näher bringen, dass ihr besser versteht, wo genau dieser Muskel denn jetzt liegt und dann möchte ich euch auch zeigen, welche Funktionen der Muskel hat, damit ihr nachher die Aktivierung der Triggerpunkte einfach besser verstehen könnt. Bevor wir damit starten, möchte ich allerdings noch ein bisschen Werbung für meine Newsletter machen und danach starten wir dann sofort mit der Anatomie des Iliopsoas. Wenn du gerade erst begonnen hast, dich mit dem Thema Triggerpunkte auseinanderzusetzen, dann kann es sehr gut sein, dass viele, viele Fragezeichen in deinem Kopf umherspüren. Jedenfalls ist es so, dass mich sehr viele Fragen zu diesem Thema erreichen. Dinge wie, wie häufig soll ich mich massieren, wie intensiv soll ich mich massieren, wie lange soll ich mich massieren, mit welchen Massagetechniken soll ich mich massieren und was soll ich tun, wenn es nach der Massage mal mehr weh tut, habe ich hier was falsch gemacht, wie verhalte ich mich hier? Und auch zu dem Thema Dehnen werden mir sehr viele Fragen gestellt. Dinge wie, wie häufig soll ich mich dehnen, wie intensiv soll ich mich dehnen, wie lange soll ich mich dehnen, bringt denen überhaupt etwas, weil manchen Leuten bringt es akut erst mal nichts und es verschlimmert ihre Schmerzen und hier stellt sich dann berechtigterweise die Frage, wann soll ich mich nicht dehnen, denn das ist tatsächlich manchmal der Fall. All diese Fragen habe ich zusammengepackt und in einem kleinen Kurs beantwortet und den erhaltet ihr, wenn ihr euch für meine Newsletter anmeldet. Dieser Kurs heißt die Triggerpunkte und Faszien 1x1 und die Anmeldung zum Newsletter findet ihr hier direkt unter dem Video. Hier sehen wir den Iliopsoas auf beiden Körperseiten am anatomischen Modell und wie ihr sehen könnt, ist es eigentlich gar nicht ein Muskel der Iliopsoas, sondern es ist ein Muskel, der sich aus zwei Muskeln zusammensetzt und zwar einmal hier aus dem Psoas Major, diesem großen Muskel und dem Iliakus, das ist dieser Muskel, den ihr hier sehen könnt an der linken Körperseite oder beziehungsweise rechts hier der Iliakus und hier nochmal der Psoas Major. Was ihr an diesem Modell auch sehr schön erkennen könnt, das sind die vielfältigen Punkte, an denen der Muskel befestigt ist und das ist ganz einfach ausgedrückt, der unterste Brustwirbel, dann hier die Lendenwirbelsäule, ja hier ist der Muskel überall befestigt, der ist auch noch an den Bandscheiben befestigt, die jetzt hier in diesem Modell gerade nicht eingeblendet sind, dann ist er befestigt hier an der Darmbeinschaufel und beide Muskeln treffen sich dann mit einer Sehne gemeinsam hier oben innen am Oberschenkelknochen. Das ist mal ganz grob die Anatomie des Iliopsoas und jetzt möchte ich mit euch ganz kurz noch die Funktionen dieses Muskels ansehen. Die Funktion des Iliopsoas ist recht schnell erklärt und gezeigt und zwar handelt es sich hierbei um die Beugung und eine leichte Außenrotation in der Hüfte und wie das aussieht, das möchte ich euch jetzt kurz demonstrieren. Bei einer Beugung der Hüfte wird in der Regel hier der Oberschenkel nach vorne oben gehoben, das wäre eine Beugung der Hüfte und dann hätten wir jetzt hier noch eine leichte Außenrotation. Das bedeutet, dass der Oberschenkelknochen hier in der Hüftpfanne nach außen gedreht wird. Und diese Bewegung, die Beugung der Hüfte kombiniert und in einer leichten Außenrotation finden wir bei jedem Schritt, den wir während des Gehens tun. Jetzt haben wir noch eine zweite Art der Hüftbeugung, die etwas seltener auftritt im Alltag, im Sport dafür aber umso häufiger und das ist, wenn wir den Oberkörper hier beugen und die Beine fix bleiben. Gerade war der Oberkörper fix und den Oberschenkel, den haben wir bewegt, das war hier der mobile Teil, wenn ich jetzt diese Bewegung ausführe, dann ist das auch eine Hüftbeugung. Wann treten jetzt solche Hüftbeugungen auf? Im Sport zum Beispiel, wenn ihr Sit-Ups macht und die Beine fixiert bleiben, aber der Oberkörper sich bewegt in Richtung Oberschenkel, dann habt ihr hier auch eine Hüftbeugung oder auch ganz stark, wenn ihr Vorbeugen macht, im Yoga oder im Pilates zum Beispiel, im Sitzen mit ausgestreckten Beinen und euch dann nach vorne faltet, habt ihr hier eine sehr starke Aktivität vom Iliopsoas. Gut, dann habe ich euch jetzt diese Funktionen einmal gezeigt und noch anhand einiger Alltagsbeispiele erklärt und dann möchte ich jetzt überleiten zu dem Thema Aktivierung von Triggerpunkten im Iliopsoas. Und hier möchte ich vor allem auf die zwei wahrscheinlich gängigsten und häufigsten Beispiele eingehen, wie Triggerpunkte in Iliopsoas aktiviert werden. Das ist einmal das Sitzen, da erkläre ich gleich, warum das problematisch ist und übermäßig starke sportliche Aktivität und auch da werde ich einige Beispiele nennen. Beginnen wir mit dem Sitzen. Das ist ganz interessant, denn wenn wir sitzen, so wie ich das jetzt tue, ist unsere Hüfte gebeugt und der Iliopsoas ist hier permanent aktiv und verhindert, dass wir nach hinten kippen und er befindet sich in einer permanent angenäherten Position, da er die Hüfte beugt. Das bedeutet, beim Sitzen ist der Iliopsoas zum einen aktiv und zum anderen angenähert. Und beide Szenarien, eine permanente Aktivierung, vor allem eine ganz leichte Aktivierung, wie wir sie jetzt hier haben, zur Stabilisierung des Oberkörpers, sowie eine permanente Annäherung des Muskels, das sind beides Dinge, die zur Aktivierung von Triggerpunkten führen. Ja, das beim Sitzen auf dem normalen Bürostuhl. Noch problematischer als das Sitzen auf dem Bürostuhl ist das Sitzen im Auto, da hier die Hüfte noch stärker gebeugt wird. Ja, ihr könnt euch das ja vorstellen, im Auto sitzt ihr ja nicht so aufrecht da, sondern in der Regel ist der Po etwas tiefer als die Knie. Das heißt, ihr sitzt in dieser Position da und fahrt. Das bedeutet, dass die Hüfte noch stärker gebeugt ist, dass der Iliopsoas noch stärker angenähert ist. Und auch im Auto verbringen wir recht viel Zeit, einige von uns. Und auch diese Annäherung des Muskels ist ganz klassischerweise da und kann Triggerpunkte im Iliopsoas aktivieren. Ja, das wären jetzt die Annäherungen gewesen beim Sitzen, die problematisch sein können. Und beim Sitzen auf dem Stuhl, habe ich ja gesagt, ist der Muskel permanent aktiv und ist angenähert. Schauen wir uns jetzt mal im Sport an, was hier Probleme bereiten kann. Und da habe ich eingangs schon die Sit-Ups erwähnt, bei welchen der Iliopsoas recht stark aktiv ist. Und das kann einfach zur Überlastung des Muskels führen und zur Aktivierung von Triggerpunkten, diese permanenten Sit-Ups. Vor allem dann, wenn dem Muskel nicht genügend Zeit gegeben wird, sich an die Belastungen anzupassen und wenn keine ausgleichenden Aktivitäten stattfinden, wie zum Beispiel das Aufdehnen des Muskels. Denn wenn ihr Sit-Ups ausführt, dann beugt ihr den Iliopsoas und ihr führt vor allem die Bewegungen nicht immer durch den kompletten Bewegungsspielraum der Hüfte aus, sondern in einem eingeschränkten Bewegungsausmaß. Und wenn ich einen Muskel, wiederholt sehr oft, nur in einem bestimmten Bewegungsausmaß bewege, auch dann kann er verkürzen. Und das kann eben dann, wie wir das beim Sitzen eben auch schon gesehen haben, auch problematisch werden. Und dann sind meines Erachtens auch noch alle anderen Dinge zu nennen, angefangen von ausgedehnten Spaziergängen bis hin zum Sprinten, Bergsteigen oder Kampfsport. Alles Dinge, bei welchen die Hüfte permanent gebeugt wird. Also der Iliopsoas permanent wiederholt aktiviert wird. Ganz klar, wir haben hier ein großes Spektrum von Intensitäten. Beim Spazierengehen sehr gering. Beim Sprinten, Kampfsport oder beim Bergsteigen deutlich höhere Intensität. Hier ist mir einfach nur wichtig zu sagen, dass eine Belastung immer von Person zu Person unterschiedlich ist, die ist relativ zu sehen. Und was zum Beispiel jemanden überlasten kann, der gerade aus der Reha kommt, nach einer Hüftoperation oder nach einer langen Immobilitätsphase, nach längerer Krankheit. Für den kann Spazierengehen tatsächlich eine Herausforderung sein. Und für sportlichere Menschen kann es einfach sein, dass man sich beim Sprinten, beim Sport oder beim Bergsteigen eben hier etwas überlastet. Vor allem dann, habe ich eben schon gesagt, wenn keine ausgleichenden Aktivitäten stattfinden. Und das Allerwichtigste ist hier tatsächlich den Iliopsoas auf Länge zu halten. Das ist meine Meinung. Da kann man ihn sehr schön dehnen. Was kann man jetzt aber tun, wenn Triggerpunkte im Iliopsoas aktiviert sind? Wie kann ich diese loswerden? Meiner Erfahrung nach ist es ja sehr, sehr hilfreich, sich selber zu massieren und die Triggerpunkte somit zu deaktivieren. Und dann in der Folge muss ich natürlich schauen, dass die Triggerpunkte nicht wieder aktiviert werden durch die Dinge, die ich gerade genannt habe. Also das heißt, wenn man die nicht vermeiden kann, ein bisschen mehr ausgleichende Aktivitäten ausführen, aber zurück zu dem Punkt Selbstmassage. Wie das geht, das habe ich auf meiner Website beschrieben, auf der Seite des Iliopsoas. Den bekommt ihr drauf, wenn ihr hier auf den Link unter dem Video klickt. Auch so ihr seid vielleicht schon auf der Website. Und da erkläre ich euch ganz genau, wie ihr diesen Muskel spüren könnt und in der Folge auch dann massieren könnt und somit Triggerpunkte deaktivieren könnt. Was mir hier ganz wichtig ist, dass ihr das gleich wisst. Der Iliopsoas ist sehr, sehr schwierig zu tasten. Das ist die eine Sache. Das heißt, ihr braucht wirklich sehr viel Zeit und Geduld. Und höchstwahrscheinlich wird euch das nicht auf Anhieb gelingen. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich gleich vorab sagen möchte. Der Iliopsoas liegt hier sehr tief im Bauchraum drin. Es ist eine sehr, sehr sensible Region. Und deswegen würde ich euch raten, es hier sehr langsam anzugehen, sehr sensibel zu sein und sehr verhalten mit der Massage zu beginnen und auch beim Aufspüren des Muskels sehr verhalten zu sein. Und höchstwahrscheinlich müsste das über viele Sitzungen hinweg einfach mal üben und lernen, diesen Muskel zu spüren. Gut, dann hoffe ich, dass ich hier etwas Licht ins Dunkel bringen konnte. Freue mich, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Und würde mich freuen, wenn wir uns in einem meiner anderen Clips einmal wiedersehen. Ciao!